Moin moin meine Lieben, mein Name ist Blackshadow, ich heiße euch herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Jurassic World Evolution Wir haben schon wieder eine Aufgabe Wir sollen Okay Dann brauchen wir das mal Aber das passt dahin Dann brauchen wir da einfach mal hin So Was haben wir jetzt hier? Expeditionsaufträge Das ist der Helikopter Ich muss jetzt mal kurz bei Gebäuden mal ausgucken Äh, Zentrum Ja, Morant Genau das Gebäude muss ich mir jetzt noch bauen Ähm Könnte ich das auch hier hintersetzen? Ja Sieht so aus, als hätten Sie keinen Strom Nicht gut Bauen Sie mehr Kraftwerke Oder erhöhen Sie die Produktion Ja Ja, Kraftwerke bauen wir auch Aber das setze ich Ja Sie können hier irgendwo hintersetzen Geht natürlich nicht Dann kommen wir auch hier hintersetzen Später keine Rolle So 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 Hi, ich bin Isaac Ja, jetzt nicht Ich hab jetzt für deine Deine Unterhaltungsabteilung Keine Zeit Ja, ja Mit einer eindeutigen Antwort Wir brauchen mehr Besucher im Park Schafft nicht mehr Leute in die Anlage Mehr Besucher bedeuten Mehr Einnahmen Ja, ja Ich weiß Mehr Einnahmen Platz Et cetera Ey Immer mit der Ruhe So Ich muss den erstmal abdecken Ich hab doch grad ein Strom Ding gebaut Ich hab doch grad ein Strom Ding gebaut Ach, der ist nicht verbunden Ach, der ist nicht verbunden Ah, okay Deswegen Vielleicht Vielleicht Jetzt sollte es aber gehen Mein Freund Mein Freund Was ist denn jetzt? Hemmen davor Okay Ne Ähm Ne Wollen wir nicht Wetter war noch harm gebaut Das haben wir auch Recher Das haben wir auch grad gebaut Okay Ich muss jetzt mal gucken Wie weit er hier jetzt ist Zwei Minuten Okay Okay Äh Wir haben jetzt 15 Ja Wir haben jetzt Jetzt noch Äh Es benutzen Ich würde da mal hingehen Okay Haben wir auch Bist du jetzt hier fertig Bist du jetzt hier fertig Bist du jetzt hier fertig Weniger deinerrede Okay Dann das nächste wäre das was ich hier noch updaten ich könnte aber mal er bräuchte nicht mit strom heute ohne heute schmack Neues, gehe wir ab. Ja, ich muss halt ein bisschen auf meine Kohle achten, dass meine Kohle nicht so schnell schrumpft. Dann machen wir da hin. Das war natürlich auch ein Blick. Die brauchen wir hier nicht. Ja, okay. Und hier noch ein paar Räume hin. Hallo. Hallo. Ja. Fängt gut an. Ich hab ja nur Money. Kann ich verkaufen? Das verkaufe ich auch mal. Ja. Weil wir müssen da auf jeden Fall noch eine Futterstelle hinbauen. Gehege, Futterstelle. So, dann können wir gleich die Tiere umsiedeln. Geheziehen. Irgendwie wieder. Schon wieder nicht machen. Okay. Okay. Hunderttausend, 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 hunderttausend. Oha. Äh. Dein Pack ist zahlungsunfähig. Du musst sie mit einem, mit dem Geld verdienen. Bekaufe Gebäude aus vielen und Dinosaurier. Ja. Ja, ist ja gut. Find ich hier ganz gut. Nein, ich nehme ich. Bekaufe Gebäude, wirklich. Das Wort. Oh, ich bin voll im Minus. Was kann man denn verkaufen? Was ist das denn? Wollen wir das verkaufen? Ich glaube, das können wir... Ja, komm. Versuchen wir das abzuverkaufen. Ja. Jetzt bin ich auch wieder stromlos. Ahhhh. Ich bin wieder stromlos. Gebäude. Strom kann ich ja noch gar nicht machen. Das ist mein Problem. Ich kann leider noch keinen Strom machen. Krankheit. Ja. Jetzt kommt alles auf einmal. Meine Güte, Sie haben da einen kranken Dinosaurier Zeit, ihn zu behandeln. Sonst tragen Sie auch die Verantwortung für das, was danach kommen sollte. Ich brauche Strom hier. Wie kriege ich jetzt hier am besten Strom hin? Ja, das Problem ist, ich kriege da ja keinen Strom hin. Ahhhh. Komm. Wo kaufe ich das erst mal? Produkttransport beendet. Kann ich gleich neu bauen. Ist mir erst mal egal. Wo ich jetzt hier war denn jetzt... Welches Tier war denn jetzt krank da? Team. Obdach hinzufügen. Obdach hinzu. Stimme. Baue und Verbinde. Strom. Versorgung. Ist hier. Stimme. Das Ding, das baue ich gleich noch... Anpassung, gebäude, da kann ich gar nichts machen, heilung, mag ich es auch machen. Ok, gut, und da ist es wieder ok, auch alles ok, Helikopter auch noch hinzufügen. Wir müssen jetzt irgendwie gucken, dass wir hier Strom ein bisschen mehr Saft zu bekommen. Aber das kann ich mir nicht kommen, es kostet 500.000. Ok, Gäste. Das ist der Schutzraum. Was für den, ist der Ohm. Was für den, ist der Ohm. Gäste betäubt. Ja, jetzt habe ich wieder keinen Strom. Oh, jetzt klingt das schon wieder an. Da ist einer Sekunde. Produkt wird transportiert. Ja. Das ist ein scheiß. Der hat ja keinen Strom. Ich verstehe nicht, warum der keinen Strom hat. Produkt transportiert. Okay. 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 Dann werden wir jetzt mal gucken, dass wir irgendwie hier Strom hinbekommen. Strom. Aaaah. Pfff. Ich wäre jetzt so viel. Warum echt Strom hier? Das bringt alles nichts. Ich muss hier Strom jetzt mal hinbauen. Okay. Ich würde sagen, das war's noch für diese Folge. Wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Wenn ihr euch die Folge gefallen habt, lasst einfach mal einen Kommentar da. Einen Daumen oben würde ich mich super freuen. Also haut rein. Bis zum nächsten Mal.